100% Realtalk, Gesundheit, Spielsucht, Knast, JBB und Ziele 2023. Von dem her bin ich mal gespannt, Digga, lass mal da reingehen. Ich meine, lange nichts mehr gehört von dem Achmed. Willst du nicht ein bisschen auf... Beziehungsweise doch, haben wir, aber eher alten Stuff. Da gehen wir jetzt nochmal rein, let's go. Aha, MED! Willst du nicht ein bisschen auf deine Ernährung achten? Du siehst langsam sehr, sehr dick aus. Das Essen sollte nie über deine Gesundheit stehen. Ich würde nie sagen, dass ich eine Karriere hatte. Ich hatte einen Hype. Aber es stimmt schon, ne? Also jetzt vor allem hier in dem Video, wirkt er ganz schön breit. Kann aber auch am Kamerawinkel liegen. Ich weiß das nicht. Ich hab jetzt nicht so auf dem Schirm, wie er heute aussieht. Aber ich würde sagen, Achmed war ja schon immer jemand mit ein bisschen, ne? Ein bisschen was auf der Rippen. Das gebe ich zu. Ich hatte mehrfach Millionen Klicks. Wer so eine Scheiße, sorry, abliefert, der kann es nicht mehr anmaßen, selber andere zu bewerten. Das ging bestimmt nicht an Julian. Ich habe eine sehr, 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 sehr schlimme Spielsucht hinter mir. Sehr, sehr schlimm. Also ich war Zocker sein Vater. Ah, ich bin gespannt. Unwahrscheinlich. Aber wer weiß, vielleicht wird ja auch ein bisschen diese Casino-Thematik, die heute, ne? In der heutigen Zeit so ein bisschen Thema ist. Also so dieses Stream, ne? Casino-Streams und blieblablabla. Man muss natürlich sagen, guck mal, zu der Zeit damals, ne? Als die Casinos irgendwie noch irgendwo in irgendwelchen Gassen, ne? Ab 18 irgendwie die Scheiben getönt. Und so, das war noch eine andere Sache als heute, ne? Du bist ja heute, bist du wirklich schon diesem Casino-Ding irgendwie umgeben. Zwar nicht so permanent, wenn du nicht in dieser Bubble bist. Aber, ne? Also hier und da kriegst du mal Werbung, da mal ein Video vorgeschlagen. Es ist, man kommt da mit viel, viel leichter in Berührung heute. Von dem her, vielleicht wird das ja auch ein bisschen Thema, ne? Wäre ganz interessant. Ansonsten, Spielsucht habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen, dass ich da auch eine Phase hinter mir hatte. Auf keinen Fall, wahrscheinlich nicht anders so heftig wie bei ihm hier, weil es klingt ja jetzt schon drastisch. Aber ich kenne auf jeden Fall das Gefühl, wenn man das nicht mehr ganz im Griff hat und, ja, sich selbst Grenzen setzt, die man nicht mehr einhalten kann und sich am Ende schämt, Alter, vor sich selbst so, weil man es einfach nicht im Griff hat, ne? Und dieses Gefühl ist abartig. Stimmt das, dass du im Knast, im Gefängnis warst? Sachschaden von 1,7 Millionen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, krass, was hast du getan, Alter? Das Geld, wenn es so dreckig kommt, geht es auch auf eine dreckige Weise wieder weg. Was geht ab, Leute? Okay, krass, ich weiß zum Beispiel gar nicht, warum Achmed im Knast ist. Haben wir das mal besprochen? Wurde das überhaupt mal außerhalb dieses Videos gesagt? Ich glaube, es gab so ein paar Gerüchte oder sowas, Körperverletzung oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Wir werden mal sehen. Herzlich willkommen zum neuen Sonntagsvideo. Wie ihr seht, bin ich nicht irgendwo unterwegs am Essen oder stehe in der Küche am Kochen. Und zwar, ich sitze gerade in meinem, ja, ich sag mal Bürostuhl vor meiner Cutter-Area und ich hab mir über... Aber er macht einen sympathischen Eindruck, oder? Ich find, Achmed war sowieso immer einer, der, wenn er geredet hat oder wenn er, wenn man ihn so als ihn selbst wahrgenommen hat, immer viel sympathischer wirkte als innerhalb, also als Rapper so. Da wirkte er immer extrem unsympathisch. Da konnte er sich einfach nicht so gut verkaufen. Beziehungsweise heißt nicht gut, ne? Manche Leute stehen ja so auf diese, auf diese ekelhafte, so dreckige Art. Aber er wirkt recht, so von seinem, von seinem ganzen Blick so innerhalb der ersten Minute, ne? Er wirkt so recht ausgeglichen, recht zufrieden mit sich. Ich überlege zum 40.000 Abonnenten-Special, weil ich halt gehäuft gemerkt habe, dass sich sehr viele dafür interessieren, was in meiner Vergangenheit war. Viele wissen ja auch, dass ich damals noch Musik gemacht habe. Und die Neugier ist da schon sehr, sehr groß, hab ich gemerkt. Gefühlt unter jedem Video sich immer wieder Kommentare darüber auftauchen. Und ich hab mir gedacht, ich beantworte einfach mal so ein paar Fragen. Ja, ja, es sieht einfach aus wie ein süßer Teddy. Ist so. True, Digga, true. Also, er hat so, er hat was Knuddeliges im Gesicht, Digi. Also, ne? Hier und da mal kuscheln, ich wär am Start, Alter. Ausgesucht, ich werde hier spontan einfach drauf antworten. Und ich hoffe, das wird euch hier gefallen. Ich möchte sowieso... Ja, macht sympathischen Eindruck, kann man nicht sagen. So, sonntags, hab ich ja gesagt, bringe ich alles, das raus, worauf ich Bock habe. Mittwochs bleibt Rezepttag. Da gebe ich euch, äh, mein Wort drauf. Er zieht das also komplett durch, ja? Ich bin halt gar nicht drin so. Das ist halt auch nicht so meine Bubble, dieses Food-Ding, ne? Aber ich find's immer geil, darüber haben wir auch schon öfter gesprochen in anderen Themen, wenn Leute irgendwie irgendwas finden, was, was ihnen irgendwie, was sie motiviert, so, wofür sie stehen, wo sie hinterstehen können, was ihnen Spaß macht. Wenn das jetzt irgendwie Essen ist, keine Ahnung, Kochen, keine Ahnung, ist doch ne geile Sache. Ich find's auch cool zu sehen, so über die Jahre, wie sich die ganzen einzelnen Charaktere so entwickeln, ne? In welche Richtung das Ganze geht. Ich hätt ja jetzt auch nicht gedacht, damals so zu 2015 Zeiten, als ich dann noch irgendwie so, so Line-Disc-Track oder so rausgekommen habe, dass ich irgendwie Jahre später hier auf Twitch hänge und mit euch irgendwie quatsche und wir uns irgendwie den wildesten Stuff reinziehen und murmeln, Alter, so, ne? So entwickelt sich das halt alles und es ist interessant zu sehen, Alter. Und ich würde sagen, wir starten einfach mit der ersten Frage. Willst du nicht ein bisschen auf deine Ernährung achten? Du siehst langsam sehr, sehr dick aus. Das Essen sollte nie über deine Gesundheit stehen. Erstmal vielen Dank dafür, dass du dir Sorgen um mich machst, aber du hast recht. Ich habe sehr viel zugenommen in letzter Zeit, beziehungsweise in den letzten Jahren, aufgrund einer Schilddrüsen-Unterfunktion. Oh, das sagt mittlerweile jeder, der ein bisschen übergewichtig ist. Ja, 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 ich hab mit dieser Schilddrüsen-Geschichte nur, bin damit nur in Berührung gekommen, weil ihr wisst ja, so Panikattacken, dies, das. Da wird auch immer erstmal Schilddrüse untersucht, wenn es in so eine Richtung geht, ne? Weil ich glaube, bei einer Überfunktion, glaube ich, kann sowas passieren oder können so Symptome, vielleicht auch bei einer Unterfunktion, weil das geht es ja auch bei beiden. Keiner, vielleicht habe ich es falsch im Kopf. Daher bin ich da so ein bisschen, ne? Habe ich da so ein bisschen Berührungspunkte mit, mit dieser ganzen Situation? Naja, aber bei mir ist es tatsächlich so, ich habe einen sehr schlechten Stoppwechsel mittlerweile. Man wird älter auch. Es ist nicht wie damals, eben mal zack, zwei, drei Monate Gas geben und alles ist wieder in Ordnung. Ich bin tatsächlich jetzt frisch dabei, seit, das ist jetzt meine dritte Woche, wo ich komplett auf meine Ernährung achte. Außer halt in den Videos, da muss ich cheaten, was aber, finde ich, auch nicht verkehrt ist, weil ich finde, ein bisschen gönnen sollte man sich trotzdem. Ja, safe, safe, safe. Das Problem ist halt auch, es ist sehr schwierig von 0 auf 100 immer, ne? So, solche Dinge durchzuschieben. Ich hatte ja vor zwei Jahren mal so ein paar Monate, so eine Phase, in der ich irgendwie, ihr kennt ja dieses Gefühl, was immer so alle paar Wochen mal in euch aufsteigt. So, ihr liegt nachts im Bett und dann denkt ihr euch so, boah, ich muss mein Leben ändern und dann fallen euch so 1000 Dinge auf, die ihr so anders machen wollt. Boah, ich will jetzt nicht Sport machen, Mann, ich muss jetzt auf meine Ernährung. Und dann nehmt ihr euch viel zu viel vor und habt so einen riesengroßen Haufen, den ihr auf einmal ändern wollt und denkt euch so, ne? Und dann versucht ihr das auch, aber irgendwann merkt man so, man kommt an seine Grenzen, weil man sich einfach zu viel vorgenommen hat, ne? Das ist halt, ist halt auch immer schwierig, ne? Man muss ja immer so einen Mittelfehig finden oder halt mit kleinen Schritten anfangen, so damit es halt machbar bleibt. Und da habe ich vor zwei Jahren, oder anderthalb hatten wir so eine Phase, Aga und ich, ne? Wir haben uns vorgenommen, ey komm, wir ernähren uns jetzt besser und haben da wirklich, wirklich Kalorienzählen mäßig mit so einer App über zwei, drei Monate hinweg drauf geachtet, was wir essen. Wir waren fast jeden Tag joggen und haben Sport gemacht, Alter, Grüße gehen raus an, wie heißt der nochmal hier, der auch bei Seven in the Wild war? Sascha Huber hieß der. Sascha Huber, Grüße gehen raus, der hat uns immer gut gequält und haben da gut durchgezogen. Ich habe auch zehn Kilo fast abgenommen, aber ist schon hart, Alter. Also ich bin ganz froh, dass ich mit Übergewicht nie wirklich große Probleme hatte, weil wenn du wirklich mal selbst gezielt abnehmen möchtest, merkst du erstmal, wie schwer das ist. Das ist schon heftig, Digga. So allgemein eine Lebensumstellung, ne? Daneben umzustellen, ob jetzt im Gewicht, ob bei Süchten, ne? Also ich meine, Zuckersucht ist ja auch ein Thema oder Spielsucht oder Gaming. Keine Ahnung, wenn du irgendwie versuchen möchtest, deinen Alltag, deine Gewohnheiten aufzubrechen, ist schwer. Ist sehr, sehr schwer. Das ist nicht einfach. Sonst kommt dieser innere Schweinehund immer wieder raus, sag ich mal. Und dann verfällt man wieder in alte Gewohnheiten und frisst wieder alles, sag ich mal, rein, was nicht gut für den Körper ist. Aber so belohnt man sich ja auch dafür, dass man konstant geblieben ist. Ich habe die Süßgetränke mittlerweile, lasse ich komplett weg. Mega, mega. Ist auch voll wichtig, ne? Also ich habe in der Zeit, in der ich dann angefangen habe, Kalorien zu zählen, ist mir erstmal bewusst, habe ich erstmal so ein Bewusstsein für Essen und Trinken bekommen, so. Weil ich war ein Mensch, und das hat ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, ich habe nie zugenommen. Ich konnte fressen und trinken, was ich will. Aber ich merke halt, man wird älter, wie er sagt. Und da geht das immer schneller. Also ich merke, ich habe eine nette Wampe mittlerweile. Und die wächst, Digga. Die wächst. Und ich merke, ich muss aufpassen. Also ich kann nicht mehr fressen, was ich möchte. Ich muss wirklich gucken so, dass ich hier und da wirklich mal sage. Und selbst diese Kleinigkeiten, sich einfach mal an einem Abend, wenn du Bock hast, auf einen geilen Kinder-Maxi-King und da lächelt dich im Kühlschrank an, zu sagen, nee, Digga, das kann eine Herausforderung sein, ne? Dieser eine Riegel, Digga, ist mein Endgegner manchmal. Kinder-Maxi-King ist mein Endgegner gewesen. Immer, oder regelmäßiger Endgegner. Jeden Abend. Oh, das ist schwer. Das ist nicht so einfach, Alter. Mach dich auf jeden Fall keine Sorgen. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Aber vielen Dank für deine Sorge. Wäre echt der Hammer, wenn du dich mal kurz vorstellen könntest, wie du zur Leidenschaft kochen gekommen bist und wie du zur Musik gekommen bist damals. Viele Grüße. Erstmal liebe Grüße zurück. Ja, ich bin Ahmed. Ich bin 33 Jahre alt. Ich komme aus Hamburg, also Nähe Hamburg. Bin nach Buxtehude gezogen. Bruder, wäre das unironische Kinder-Maxi-King zu Hause? Bruder, ich? Ist schon geil. Ist schon, finde ich, der beste Süßigkeiten-Snack oder wie man das nennen möchte von Kinder. Ich feiere den schon. Aber genau deswegen ist es gefährlich. Und lustigerweise waren Aga und ich heute einkaufen und ich habe im Vorhinein schon gesagt, Schatz, lass mal an der Süßigkeitenabteilung vorbei. Lass mal nichts einpacken. So, damit man gar nicht erst in Versuchung kommt. Weil ich merke so, ich habe in letzter Zeit einfach zugenommen, weil Aga ist schon so eine kleine Naschkatze. Und ich war eigentlich immer jemand, der wenig Süßigkeiten gegessen hat. Einfach weil, eigentlich war ich nicht so auf dem Film. Aber wenn du die Dinge dann da hast, dann greifst du halt auch mal zu. Und ich merke, wie sich so eine, ich würde nicht sagen, Zuckersucht entwickelt hat oder so eine Sucht danach. Aber ich merke schon, wie es zur Gewohnheit geworden ist, sich halt ab und zu mal so einen Riegel oder so reinzuknallen. Und wenn du dich da mal mit auseinandersetzt, wie viele Kalorien nur ein so ein fucking Riegel oder so so eine Süßigkeit hat, das ist krass, Digga. Vor einigen Jahren, vor vier Jahren, als meine erste Tochter geboren ist. Ja, ich bin Papa von zwei wundervollen Mädels. Ah, crazy, Alter. Zwei Kinder. Ja, das ist so schwer vorstellbar, Mann. Das ist krass. Vom paar Jahren noch hier im JBB die Lines gekickt, Alter. Zwei Kinder, also mega. Ja, sag mal, wie er auch direkt strahlt, wenn er von seinen zwei Kindern redet. Und ich fühle das total, ne. Zwei nur ein Kind, so. Aber das Schönste, was es gibt. Ist einfach schön, ne. Und scheint ihm ja auch gewissermaßen vielleicht auch, ich weiß nicht, wie es bei ihm ist. Ich unterstelle ihm das jetzt einfach mal, Erwachsener werden lassen, so. Also bei mir war das auf jeden Fall der Fall, ne. Meine Kleine hat mich erwachsen werden lassen, so. Oder viel, viel dazu beigetragen, dass ich einen krassen Sprung gemacht habe. Und bei ihm könnte ich mir das auch vorstellen. Also er wirkt auf jeden Fall weitaus gechillter, ne, zufriedener mit sich selbst. Erwachsener natürlich, ne, macht bestimmt auch das Alter, aber, ne, Kinder haben schon riesigen Einfluss aufs Leben. Die eine sitzt mittlerweile vier, die andere ist anderthalb. Und ist auf jeden Fall die schönste Lebensqualität, die ich mir erwünscht habe. Oder mir erwünschen konnte. Anderthalb, man, so ein süßes Alter, Digga. Meine Kleine ist schon neun, Bruder. Neun, die ist in der dritten Klasse. Das ist schon hart, ne, diese Entwicklung. Es geht so schnell. Genießt die Zeit, Bruder. Genießt diese Zeit, ist so schön. Es geht so schnell vorbei. Ich meine, du hast es selbst wahrscheinlich gemerkt bei deinem älteren Kind, ne, wie schnell das ging. Aber es ist krass. Wie bin ich zum Kochen gekommen? Also ich koche eigentlich schon mein Leben lang, sag ich euch ehrlich. Also schon als kleiner Junge habe ich meiner Mutter immer saugerne geholfen in der Küche. Vielleicht sehr untypisch. Aber es war halt so. Und ich habe halt sehr früh dafür das Interesse entwickelt, selber zu kochen, meinen Mund zu überraschen mit geilen Geschmäckern. Und meinen Mund zu überraschen. Das ist ja eine süße, eine süße Formulierung, Digga. Heute gehe ich in die Küche und werde mal meinen Mund überraschen. Aber krass, ich war zum Beispiel immer anders. Wie ist es bei euch, Chad? Ich war nie so, ich hatte immer keinen Bock, Alter. Für mich war Kochen immer einfach eine nervige Angelegenheit. Ich hatte nie Spaß dran. Mich hat es immer genervt. So, und deswegen ernähre ich mich auch so ungesund. Ich glaube, wenn du so Spaß hast am Kochen, ne, und gerne irgendwie in der Küche stehst, dann bist du natürlich auch bereit, ein bisschen Zeit zu investieren. Und kannst dich vielleicht auch mit gesünderen, deinem Mund mit gesünderen Alternativen überraschen. Aber wenn du, wie ich, so eine kleine faule Socke bist und da keinen Spaß dran hast, naja, dann nimmst du halt gerne mal die Tiefkielpizza. Oder die in Fertighotdog. Oder so. Ist halt so, ne, so schnelle Gerichte sind halt meistens auch nicht so gesund. Aber ich sag mal so, ich lasse mich gern bekochen. Also ich muss jetzt nicht immer so Fertigzeug essen. Aber ich bin schon sehr faul. Und deswegen ist bei mir eigentlich immer so, dass ich nur koche. Oder meistens nur koche, wenn meine Kleine da ist. Ab und zu passiert es auch zwischendurch. Aber um ehrlich zu sein, ich bin ehrlich mit euch. Montag bis Donnerstag ernähre ich mich wie ein Haufen Scheiße. Von Freitag bis Sonntag ernähre ich mich halbwegs normal. Aber das ist nicht gut. So, ist echt nicht gut. Ernährung, Mann, Alter. Das ist der Tempel, in dem ich lebe, so mein Körper. Und ich fütter den immer mit Müll. Und das sind so immer so Gedanken, die ich nachts kriege. Wenn ich mir so Gedanken mache über mein Leben, dann ist es meistens immer irgendwie Essen, Ernährung und Sport. Aber es ist echt schwer, da seine Gewohnheit zu verändern. Und was YouTube angeht, bin ich tatsächlich darauf auch gekommen. Natürlich durch Holger. Ich bin sehr lange schon mit Holger mittlerweile unterwegs. Also unser trendliches Team würde ich einfach mal sagen. Schöne Grüße an der Seite. Der hatte damals nicht ein Problem gehabt. Der wollte damals seine Videos aufwerten. Hat einen Kameramann gesucht, der so, ich sag mal, Cinematic Food... Ganz kurz, Info, Holger. Wer ist das? Also anscheinend ein Kollege, Freund oder so, Mitarbeiter, keine Ahnung. Was geht da genau ab? Weißt du, kann mir das jemand sagen? Weil Holger sagt mir jetzt so nichts. Ihr wisst ja Bescheid. Den einfängt. Ich hatte zu der Zeit wirklich kein Cash. Hab mir eine 400-Euro-Kamera gekauft. Fing dann so... Ach, ein Monte-Kollege. Ah, crazy. Die Connections sind ja gut, Alter. Ne, krasse Connections. Ah, okay. Kenn ich nicht. Ich bin da nicht so drin. Bisschen damit an. Dies und das. Und ja, das hat dann gut gepasst. Hab dann so ein bisschen die Intros für ihn am Anfang geschnitten. Vielleicht könnt ihr euch an die noch erst erinnern. Dann wurde es immer mehr, immer mehr. Und ja, mittlerweile bin ich ja auch ein fester Bestandteil in seinen Videos. Und auch außerhalb, ich mach den Rohschnitt, ich mach das Color Grading, ich mach die Drohne, die Kamera. Aber es ist mega schön, das ist nice, ne. Wenn man sich überlegt, Knast und so, da ist ja dann oft schon, ja, da geht halt viel, ja, kann halt viel Perspektive irgendwie kaputt gehen, ne. So vor, bestraft, blablub, ne. Wird ja noch drüber reden, dass er da jetzt so eine Sache gefunden hat, die ihm Spaß macht, die ihm anscheinend auch sein Leben zuteilt irgendwie. Keine Ahnung, geh ich mal von aus. Ist ja jetzt auch nicht mehr so klein, der Kanal, ne. 40k, ja. Weiß ja nicht, was er sonst noch so macht. Ist doch schön, Digga. Ne, das sich so entwickelt hat. Hauptsächlich, genau. Und, ähm, ja, und das ist, also ich hab mir echt, also mein Hobby wirklich mittlerweile so einen Beruf gemacht. Das find ich richtig, richtig geil. Mega, mega, Digga. Das, 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 das Schönste, was es gibt, wenn du mit dem, was dir wirklich Spaß macht, wenn du davon irgendwie leben kannst, ne. Ist aber klar, ein Job, ne, macht vielleicht nicht immer rund um die Uhr Spaß. Aber man muss ihn auch ab und zu mal zwingen, ne. Ne, aber es gibt halt viel zu viele Menschen, die einen Job machen müssen oder einen Job, ne, in einem Job sind, so, der ihnen keinen Spaß macht, ihnen aber halt diese Sicherheit bietet, die sie brauchen und dann die Angst zu groß ist, ähm, diese Sicherheit zu verlieren und dann ihr Leben lang irgendwie in einem Job bleiben, der, der sie unglücklich macht. Und wenn du halt wirklich dein Hobby oder das, was dir Spaß macht zum Beruf, äh, machen kannst, Digga, ist, ne, da bist du vielen Menschen, äh, was voraus, so, und das, ja, das Schönste, was es eigentlich gibt. Da mal zur Musik, wie bin ich zur Musik gekommen? Also, da, da, ich glaube, das ist so ein Thema, da, da müsste man so weit ausholen, das ist, äh, auf jeden Fall, ja, das ist sehr, sehr, vielleicht nehm ich mir dafür sogar einen extra Block. Aber komm ich auf jeden Fall nochmal zu. Moin Achmed, wie bist du zu Kameramann geworden und welche Kamera empfiehlst du für Anfänger oder generell Kamerasammlungen? PS, du machst zu freshe Videos. Ja, wie ich grad zum Kameramann geworden bin, ja, kann ich auch nochmal erklären, also, kameratechnisch hab ich schon sehr lange mit, äh, mit, also, seit ich 16, 17 bin, hatte ich schon den ersten. Ich mach dir erst sehr kurz in die Food-Videos, dafür 40Ks, auf jeden Fall solide. Das ist krass, ja, 40K, Digga, weil vor allem dieser Anfang ist ja das Schwierigste. Also, von 40K auf 100K zu kommen, ist jetzt ein hotter Take vielleicht, ist aber weitaus einfacher als von 0 auf 40K, so. Also, dieser Anfang ist der, der schwierigste, das schwierigste Teil, so. Ersten Kontakt mit, äh, Spiegel-Reflex-Kamera von Canon, das war damals, die erste Kamera war die 550D, wenn ich... Ja, die hatte ich auch. Das war auch meine erste DSLR. Hat er wahrscheinlich auch gehabt, weil die überall empfohlen wurde, vier Anfänger. Eine Canon 550D mit einem 1.8er-Objektiv hatte ich damals. Damit hab ich die ersten Musikvideos gedreht, also die ersten, die ich mit einer DSLR gedreht habe, ne. Früher, ganz früher war es noch so Camcorder und Handy und dann die erste DSLR, 550D, weiß ich noch. Wenn ich mich noch richtig erinnere, das war die mit dem, äh, ne, die 600D, 550D hatte ein Kollege, die 600D, das war so die erste mit aufklappbarem Display, glaube ich. Nein, 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 die 550D hatte das auch, Bruder. Ziemlich sicher. 550D hatte auch aufklappbarem Bildschirm, 550D. Oder laber ich scheiße. Ey, ist das voll unwichtig, ne, aber jetzt will ich's wissen. Bildschirm, konnte man den ausklappen oder war der nicht ausklappbar? Ah, der war nicht ausklappbar anscheinend, ne? Dann hat der ja sogar recht, Digga. Der ist anscheinend nicht ausklappbar. Ach, Fixed Screen. Er hat recht. Krass, dann hatte ich wirklich eine Kamera ohne ausklappbaren, ähm, Bildschirm. Das ist schon wieder so lange her, ne. Haben wir damals uns schon ein bisschen mit ausprobiert. Wer mich auch vielleicht von JBB damals kennt, ich hab meine Videos damals auch da selber gemacht und genau, das war so... Ey, Props geht aber raus. Ich feiere das immer, wenn Leute viel selbst machen. Also, bei mir ist es immer so, wenn ich mitbekomme, es gibt ja viele Künstler, die wirklich alles selbst machen. Beats, Schreiben, Mischen, Videos, keine Ahnung. Ich hab da immer noch weitaus mehr Respekt, als wenn so ein großes Team dahinter steckt, so. Ich mein, klar, wenn das Ergebnis krass ist, ist das Ergebnis krass. Aber so aus Künstlersicht, als jemand, der immer sehr viel selbst gemacht hat, hab ich da einfach nochmal ein anderes Gefühl zu, ne. Weil ich weiß, wie viel Arbeit das ist, ne. Mit dem Team kriegst du im Regelfall natürlich krassere Ergebnisse hin, weil jeder, wenn du da jemanden hast, der sich mit der Kamera auskennt, jemand, der sich in dir bereitet, ne. Da kommen halt viele Kompetenzen zusammen, ne. Und spiegeln sich im Projekt wieder so. Aber diese Sachen selbst in die Hand zu nehmen, bin ich auch ein Fan von. Das waren so meine Anfänge. Also wirklich aber Kameramann, videotechnisch und allem drum und dran, bin ich jetzt so seit zwei, drei Jahren wirklich auch, ich sag mal, professionell. Welche Kamera ich dir empfehlen kann für den Start? Es kommt natürlich aufs Budget an. Es kommt von bis. Es ist wie ein guter Rennfahrer, vergleiche ich das. Es kommt nicht nur auf die Kamera an, es kommt auch auf deine Skills an. Ja, voll. Das ist so true, das ist so true. Du kannst die krasste Kamera der Welt haben, du wirst damit scheiße Videos machen, wenn du nicht Erfahrung, wenn du nicht das Auge dafür hast, die Skills nicht hast, ne. Wie filmst du, welche Perspektiven, wie machst du die Fahrten und so. Das ist so essentiell, Digga. Die richtig kranke Videos drehen, sag ich dir so, wie es ist. Vielleicht für den Einstieg. Gute Frage, man. Es kommt halt wirklich aufs Budget an. Also ihr könnt mit einer Alpha 6300 von Sony sehr gut Sachen machen. Eine Lumix S5 hatte ich vor meiner Canon R5C. Sehr, sehr stark. Ich bin schon voll aus diesem Kamerageschäft draußen, weil ich nicht mehr so viel videotechnisch mache. Ich war da meine Zeit lang recht tief drin, weil ich halt alles selbst gemacht habe und dadurch mich auch damit beschäftigen musste, wegen den Musikvideos und so. Diese Kamera hier, mit der ich mich gerade filme, das ist die letzte, die ich mir gekauft habe vor ein paar Jahren. Ja, was ist das vor ein paar Jahren? Schon eine ganze Weile. Das ist die Lumix GH4. Die war damals auch ziemlich nice. War eine krasse Kamera. Und die reicht. Vor allem zum Stream ist die ganz sexy. Bezahlbar. Die Alpha 7 III von Sony sehr, sehr stark. Aber halt, da bewegen wir uns halt schon ab 1000 Euro Bereich, ne. Mich würde deine Meinung zu Bubbats Legalisierung interessieren. Vor- und Nachteile aus deiner Sicht. Ich sag's mal so, aus solchen Themen halte ich mich eigentlich gerne raus. Ich denk mir immer, die Leute wissen, was sie da oben machen. Oder auch nicht. Sei es mal dahingestellt. Also der größte Vorteil wär tatsächlich die Entkriminalisierung, die dadurch entsteht. Und da bin ich auf jeden Fall für. Weil meiner Meinung nach ist Alkohol viel, viel schlimmer, als wenn sich jemand mal ab und zu ne Tüte gönnt. Das ist aber meine Meinung. Nächste Frage. Wie seht ihr das mit Legalisierung? Also ich persönlich, ne, ich bin kein Politiker so, ich bin ja jetzt auch kein Wissenschaftler und sowas. Ich war früher, als ich in der Phase war, in der ich wirklich noch viel konsumiert hab, war ich immer in der, war meine Meinung immer, alles legalisieren, Digga. Alles legalisieren. Drogen prinzipiell inkriminalisieren. Weil, ich hab früher auch viel Open Mind geguckt, falls ihr den kennt. Und mir viel Videos zu dem Bereich angeguckt, ne. Das ist so, keine Ahnung, Portugal, glaub ich, hat alles inkriminalisiert, oder? Mit dann so verschiedenen Statistiken gesehen, dass das eher Vorteile hatte für den, für, ja, für den Drogenkonsum und Drogentote und solche Geschichten. Von dem her, also so mein letzter Stand, als ich mich damit beschäftigt hab, war halt, dass es im Grunde wahrscheinlich eher einen positiven Effekt hätte, ne. Du killst halt den Schwarzmarkt, du sorgst dafür, dass die Drogen, die du haben möchtest, wenn wir jetzt von allgemeinen Drogen reden, aber wir können jetzt auch auf Gras, bei Gras bleiben, sorgst dafür, dass du qualitativ hochwertigen Stuff bekommst. Und ich, ich mein, weiß nicht, ob das heute noch ein Ding war, aber so, als ich noch gekifft hab, da war oft so dieses Blei, so in den Schlagzeilen irgendwie Blei dazu gemischt. Und, keine Ahnung, Alter, irgendwelche Menschen gestorben wegen irgendeinem komischem Zeug, was sie dazu gemischt haben und so, ne. Und auch bei solchen Geschichten wie Ecstasy zum Beispiel, wenn du MDMA haben möchtest, ne, und dann hast du da irgendwelche Pillen, in denen jeder Stuff drin sein kann. Wenn du halt weißt, ey, du kriegst es staatlich so kontrolliert, dann ist diese Problematik zumindest schon mal beseitigt, so. Wie Alkoholhandhaben. Wer nicht Auto fährt, Lappen weg, aber Alkohol, die Volksdroge wird nicht abnehmen. Steuereinnahmen und so weiter durch die Legalisierung darf man auch nicht vergessen. Das wäre auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal eine nette Eingabe, ja, nette Einnahmen. Aber ich sag mal so, ich denke, man müsste das Ganze wahrscheinlich einfach mit genug Aufklärung kombinieren. Es wäre wahrscheinlich dumm, einfach nur zu legalisieren, alles rauszaubern, wie man will. Aber mit so Aufklärungskampagnen und Aufklärung in Verbindung damit, finde ich das eigentlich, ja, sinnvoll wahrscheinlich. Bin dafür, wenn die jedoch die Regelungen in Bezug aufs Autofahren nicht ändern, bringt es absolut gar nichts. Also du meinst, ich bin kein Autofahrer, aber du meinst es wahrscheinlich in Bezug darauf, dass du, wenn du fährst und irgendwie noch, so Reste vom Tag vorher oder so gefunden werden, dass das dann auch Konsequenzen hat. Oder wie meinst du das? Wie ist der Legalisierungsstand in Deutschland? Na, soweit ich weiß, nach wie vor. Also in Berlin, ich glaube, das ist auch so ein bisschen abhängig, wo. Ich glaube, in Bayern ist es weiter strenger. Zumindest war das so mein letzter Stand. In Berlin, ja, wenn du da mit einer kleinen Menge erwischt wirst, dann wird das meistens eingestellt. Und in Bayern gab es da wohl schon für sehr, sehr kleine Mengen recht harte Strafen. Aber ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat. Ich kiffe halt nicht mehr. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Deswegen bin ich da auch vielleicht ein bisschen nicht mehr so ganz up to date. Soll ich nächstes Jahr legalisieren? Ich weiß, dass da auf jeden Fall viel drüber gesprochen wird. Wie gesagt, ich beschäftige mich damit nicht mehr wirklich, weil das nicht mehr in meinem Alltag irgendeine Rolle spielt. Als ich noch regelmäßig gekifft habe, als ich allgemein mit Drogen irgendwie noch mehr zu tun hatte, war das natürlich ein interessantes Thema für mich, in dem ich da auch irgendwie was bewegen wollte oder eine Änderung mir herbeigewünscht habe. Mittlerweile, ich bin ganz ehrlich, ist es einfach so, ich konsumiere nichts mehr. Deswegen spielt es für mich keine Rolle. Mir ist es scheißegal. Das Einzige, was für mich eine Rolle spielt, ist meine Kleine, mein Kind. Also die Zukunft. Und was ich will, ist einfach ein Ergebnis, was für die Zukunft bessere Konsequenzen hat. Also dass ich einfach weiß, die Entscheidung, die gefällt wird, ist im Idealfall irgendwie wissenschaftlich fundiert, anhand irgendwelcher Studien oder was weiß ich. Und wenn man da irgendwie in irgendeiner Form nachweisen kann, ey, so eine Legalisierung führt zu weniger Drogentoten oder zu weniger krimineller Energie und was weiß ich alles, dann soll mir das Recht sein. Hauptsache, das geht in eine gute Richtung. Und ich denke, da werden die Leute, die das zu entscheiden haben und ihre Berater am Start haben, bestimmt schon die richtige Entscheidung treffen und ihre Berater haben, die dann mehr Plan von haben als ich. Weil was ich jetzt hier labere, ist ja auch nur so aus einem bisschen aus YouTube zusammengefasster Stuff und ein bisschen alte Zeiten. Gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir uns hier voll verlabert, Digga. Hey, welche Ausbildungsstudium hast du abgeschlossen? Vielleicht generell dein Werdegang? Hast du eine Fotografen-Ausbildung gemacht? Wie kamst du dazu, Rezepte nachzukochen? Also gehen wir mal Schritt für Schritt. Welche Ausbildungsstudium hast du abgeschlossen? Ich habe erweitert einen Realschulabschluss, habe vor ein paar Jahren dann meine Ausbildung zur Berufskraftfahrer gemacht. Also ich bin offiziell LKW-Fahrer, also auch mit IHK-Abschluss. Habe auch eine Zeit lang, was heißt eine Zeit lang, zwei Jahre bin ich LKW gefahren. Habe auch Vorarbeit gemacht, habe auch Disponent dann weiter. Ich kann mir voll vorstellen. Ach, mit so einem LKW kann ich mir irgendwie voll vorstellen, Digga. ...gemacht, habe Touren geplant, alles drum und dran. Aber das ist ganz geil, wenn du so eine berufliche Absicherung hast, Digga. Habe ich gar nicht. Deswegen muss ich hier immer schön alles ausschlachten, was geht, Digga, damit es alles funktioniert. Genau. Eine Fotografen-Ausbildung habe ich nie gemacht. Also ich bin ja auch kein Fotograf, ich bin Videograf. Ich finde, das sollte man schon ein bisschen unterscheiden. Aber braucht man das, das ist halt die Frage, diese künstlerischen Berufe, würde ich jetzt einfach so Videograf dazuzählen wahrscheinlich. Also, soweit ich weiß, die krassesten Leute oder viele krasse Leute, ob im Mixing-Mastering-Bereich, ob im Videodrehen, Videografen, was weiß ich, Digga, die haben in der Hinsicht nie Beruf, also die haben das nie irgendwie studiert oder gelernt. Es gibt natürlich auch krasse Leute, die irgendwie so eine bezahlte Ausbildung in der Hinsicht gemacht haben. Aber ich glaube, gerade bei solchen künstlerischen Berufen ist das gar nicht notwendig, Digga. Also da kannst du dir über deine Leidenschaft, über die Zeit und über die Jahre solche Skills antrainieren, die kriegst du in so einer Ausbildung gar nicht vermittelt. Von dem her ist das da, glaube ich, auch gar nicht wichtig und nötig. Der ein Auge für Fotos hat, hat nicht zwangsläufig ein Auge auch dafür, wie man Videos macht oder geile Szenen einfängt. Wie kamst du dazu, Rezepte nachzukochen? Ja, das hatte ich ja vorhin schon. Ich hatte immer schon die Leidenschaft mit dem Kochen und so. Ich fand das immer sehr, sehr geil. Ich fand das auch immer geil, mit Holger unterwegs zu sein. Allein dieses Food-Ding, das ist schon lange mein Ding. Und ich nerfe Holger auch schon so lange damit, dass ich sage, Mann, ich habe so Bock zu starten. Warte mal, ganz kurz. Aber jetzt würde ich schon wissen, was da abgeht. Ich will mal ganz kurz reingucken in den Kanal. Türkische Pizza. Lambi, Ajin, Lama, okay. Das heißt bei uns einfach, ist das nicht türkisch? Ja doch, türkische Pizza. So nennen wir das hier. Sönavau ist mein Sucuk-Sandwich. Bei uns MCs Mörderburger. Schmeckt jeder McDonalds gleich. Ja, da ist auf jeden Fall, der ist in seinem Element, Alter. Der hier, da ist aber ganz, der ist in seinem Element, Alter. Der liebt das anscheinend, ne? Der hat auch noch gar nicht so viele Videos gemacht, ne? Zwei Monate erst. Das ist schon krass, Digga. Zwei Monate erst. Und auch, ne, vergleichsweise sind jetzt nicht so viele Videos. Okay, für zwei Monate ist das schon viel. Aber trotzdem in der Zeit 40.000 Abonnenten. Läuft. Läuft. Ich hab so Bock zu starten, aber ich hatte nie die Kapazitäten zu, äh, zu. Weil dafür brauchst du das aller, aller wertvollste Gut in deinem Leben. Und das ist erst mal Zeit und die musst du erst mal haben. Und ich hab sie jetzt Gott sei Dank ein bisschen gefunden und hab gesagt, so, ich möchte jetzt was auf YouTube bringen, was doch keiner hat. So überall rumfahren und Sachen testen, mach ich ja auch sonntags, ne? Steht außer Frage, mag ich ja auch. Aber mir geht's hauptsächlich darum, ey, alles wird teurer, alles, der, mich nervt das auch. Wegen Holger, ja, okay, aber wenn er da irgendwie, ne, über eine längere Zeit mitgearbeitet hat, ist ja alles cool, ist doch alles, ist doch alles in Ordnung. Das schmiedert ja nicht den Erfolg, so. Ich geh einkaufen und ich krieg die Krise teilweise. Ich frag meine Frau, ich stehe an der Kasse und denke mir, ich krieg so ein Gesicht, Alter, wenn ich sehe, der Einkaufswagen, da siehst du doch die Metall, Metallstäbe da doch quasi. Und die sagt ja an der Kasse 125 Euro, also ich flipp da langsam aus. Und hab mir gedacht, das kann nicht nur mir so gehen. So, in erster Linie möchte ich ein Rezept machen, was für jeden auch bezahlbar ist. Die Leute gehen draußen sehr gerne essen, aber wer kann sich das heutzutage noch leisten? Und das ist einfach meine Intention und mein Gedanke dahinter gewesen, dass man sagt, ey, das sind so geile Sachen, aber die kriegt man auch zu Hause. Einfach safe. Und ich hab's mehrfach in meinen Videos auch. Ich seh mich schon, Digga, ich seh mich schon. Irgendwann kommt wieder dieser Gedanke in mir, Gio, du musst dich gesünder ernähren und dann bin ich erst mal Hach mit Videos gucken, Digga, und Rezepte am Nachkochen, Bruder. Und ich freu mich auch, dass sie so, so gut ankommen bei euch. Und ja, Mann, das ist halt, äh, genau, das ist der Gedanke dahinter gewesen. Nächste Frage. Wie war die Zeit beim JBB? Hast du noch Kontakt zu Leuten aus der Szene? Wie war die Zeit? Also erst mal, guck mal, Leute. Ich war der erste Upload auf dem Julien's Blog Battle, der nix mit der Hall of Shame zu tun hat. Stimmt, ja, war der erste Upload. Und auch der erste Gehypte, könnte man sagen. Also der erste, der zumindest in der Quali gut ankam, ne? Ich weiß noch was, was ich sage. Also ich war der erste richtige Rapper, der damals da hochgeladen wurde. Und der Hype war gigantisch, enorm. Also das war nicht normal. Zu damaliger YouTube-Zeit, 2011, 2012, war das abnormal irre. So, das hatte über Nacht eine Viertelmillion Klicks. Ich meine, da gab es noch ein Postfach bei YouTube zu der Zeit. Ich hatte 2.000, 3.000. Stimmt, Digga, damals konnte man auch Nachrichten verschicken an die YouTuber und so. Nachrichten, ich habe das gar nicht mitgekriegt erst mal. Mein Kollege Slava, mein früherer Nachbar, drei Häuser weiter, hat auch geil russisch gerappt übrigens. Er hat mich dann angerufen, ey, was geht ab, Mann, krass, ey, jeder kennt dich uns. So, was hat der denn, so, weißt du? Und dann habe ich meinen YouTube aufgemacht und auf einmal hat es geknallt. So, ich war auch Fan von Julien, extremer Fan auch, habe seine Seelsorge-Videos gefeiert. Wer nicht, Digga, wer nicht, ne, auch wenn hier und da, ne, jetzt auch vor allem durch die Songs und auch durch einige Sachen, die im JBB passiert sind, kritische Stimmen da immer lauter werden, ne, und auch bei uns das öfter mal kritisch behandelt wird. Digga, wir waren alle, also, ne, ich würde das einfach mal behaupten, wir waren alle Julien-Fans, so. Jeder von uns hat damals Juliens Blog geguckt und das gefeiert. Ja, diese ganze Drumherum, so den ganzen Kanal von ihm, die Rap-Analysen legendär bis heute tatsächlich. So kam das und das war auf jeden Fall krank und die Zeit war heftig und das hat Spaß gemacht und es war sehr surreal, aber, weil man... Was Ahmed auch einzigartig macht, ist, dass er einer der wenigen war, der als Teilnehmer in irgendeiner Form mit Julien persönlich zu tun hatte, ne. Also, die hatten ja wirklich, ne, ja, gewissermaßen eine Freundschaft oder so, ne kurze Zeit, haben sich getroffen, dies, das. Das hat er eigentlich fast, damit ist er fast alleine, ne, klar, San Diego, aber sonst? Es gibt doch dieses eine Bild mit Ski, nee, mit, äh, wie hießen die denn, diese Crew, die da irgendwie am Start war, das hat er auch hochgeladen auf Instagram, da haben die irgendwie Party, genau, und Nirvana, Seekers und T-Matic, ja. Aber ist trotzdem, ne, also schon einer der wenigen, so. Erstmal gar nicht drauf, klar. Ich hab Julien zum Beispiel auch noch nie getroffen, noch nie gesehen bei uns, also unser Kontakt, ähm, der blieb immer ausschließlich über Facebook, so. Kontakte zu den Leuten hatte ich nie wirklich, hatte mal ab und zu da mit denen ein bisschen geschrieben, aber nie Kontakt gehabt. Danach habt ihr ja noch mitgekriegt, gab's den Disstrack von mir an Julien, weil er... Ich hatte auf jeden Fall auch mal mit Ahmed ein bisschen Kontakt, äh, ich weiß aber gar nicht mehr, ich weiß, dass es auf jeden Fall in der Zeit war, warte, ich mach einen anderen, anderen Blick. Ich weiß, dass es auf jeden Fall auch zu der Zeit war, in der wir dieses, in der wir diesen Schizophrenic-Blog, äh, dieses Video da gemacht haben. Ich weiß aber nicht, ob wir vorher schon im Körper, also wir hatten auf jeden Fall eine gewisse Zeit miteinander zu tun, aber ich kann das gar nicht mehr zeitlich einordnen, wann das war, ne, aber auch so über WhatsApp einfach oder so, ne, so ein bisschen gequatscht. Echt nicht korrekt verhalten hat mir gegenüber, was diese Spongeboss-Thematik anging, ähm, die haben hinterrücks halt so ein Ding abgeschlossen, was ja mittlerweile bekannt wurde. Ich glaub, ich war der Erste, der auch gesagt hat, ey, so und so ist es und, äh, keiner hat mir geglaubt und jetzt weiß man halt mittlerweile, aber ich sag... Ja, das ist auch das Krasse, ne, also man muss sagen, er ist damit direkt, äh, an den Start gegangen und auch über die Jahre hinweg gab's dann immer wieder irgendwie, ne, so, ich hab das ja dann auch im Finale, blablabla. Man muss aber sagen, obwohl das alles so passiert ist, wie es passiert ist, war es den Leuten irgendwie trotzdem scheißegal. Also selbst als es dann wahr wurde, war es egal, ne, dann war einfach nur, ja, ist ja egal, hat ja trotzdem zu Recht gewonnen, egal, so. Es hat irgendwie keine Rolle mehr gespielt, so. Die sind ja echt, die haben sich gut rausstabinat. Immer, das Universum stellt dir immer deine Rechnung aus zu deinen Taten, die du machst. Der Arme, muss ich einfach sagen, der kommt heute meiner Meinung nach gar nicht mehr klar, der versucht sich halt immer noch selber mit dem Rap. Er sieht gar nicht gut aus, ähm, ich hab mir seine letzten Videos reingezogen, wünsch ihm, ich sag dir ehrlich, alles, alles Gute, ich hab gar keinen Groll, keinen Hass mehr, ich hab ihm, glaub ich, sogar eine Nachricht geschrieben, hab dir aber wieder zurückgezogen und dachte mir, ach, der Typ, der wird das nicht verstehen, der lebt gerade in seiner ganz eigenen... Das ist, das fühl ich voll, weil ich sag euch ehrlich, ich saß auch schon öfter da und hab mir gedacht, ach komm, schreibst du Julian mal eine Nachricht, so. Weil natürlich, ne, macht man, was heißt, man macht sich Sorgen, so, aber ja, schon, also man guckt sich das an, ne, diese Singles, so, und denkt sich, boah, irgendwas läuft da ganz schief, so, ne. Aber ich will halt auch, weißt du, das Problem, du weißt halt nicht, wie es ankommt, ne, und vor allem, weißt du nicht, in was für einer Verfassung er sich befindet, wie er sich grad fühlt, wie er so drauf ist, ähm, in den Songs wird das ja alles so ein bisschen deutlich, diese, diese Sichtweise so von jedem Hintergang und blie, bla, blub, ja, dass du da halt auch keinen Bock hast irgendwie, weiß ich nicht, Alter, dass das irgendwie dumm, äh, so dumm rüberkommt, ne, dass du da, dass die Nachricht, die du da schreibst, irgendwie, ne, ekelhaft aufgefasst wird, so. Aber ich hab auch schon, ich hab auch schon mal gedacht, so, ey, komm, schreib's mal nach, ich check's mal aus, so, was da abgeht, so, ne, so, einfach mal abchecken, so, Bro, was, was geht bei dir, so, ne, ist alles gut, so, ist alles cool, aber konnte mich dann doch nicht so durchringen, also, ich kann das, ich fühl das. ...eigenen Welt ist wahrscheinlich sehr, sehr verletzt, sehr, sehr einsam, glaub, finanziell geht's ihm auch nicht so gut, was ich so gehört hab, aber alles, alles gute, Julian, ich sag dir ehrlich, äh, scheiß auf alles und wie du, wie du auch gerade auch momentan aussiehst, hast du auch gut zugelegt, bist gut am Essen, vielleicht machen wir mal zusammen eine Foodtour. Ja, ja, ne, aber ich find's, ich find das Statement ganz cool, ne, weil unabhängig davon, ich glaub, er sieht das wahrscheinlich ähnlich wie ich so, ne, es gab Sachen, die waren nicht so cool, aber man wünscht ja nie, man wünscht ja trotzdem jemandem was Schlechtes, so, ne, wenn da Sachen nicht so geil waren, okay, ist eine Sache, aber man will ja niemanden am Boden sehen oder so, ne, das ist ja, das wünscht man ja keinem. Und, äh, von dem her seh ich das ähnlich, ne, haben wir ja schon oft genug drüber gesprochen eigentlich. Was sind deine Ziele für das Jahr? Er würde auch locker denken, da würdest du Klicks wollen als jetziger Reaction-Streamer. Mag sein, weiß ich nicht, ne, kann, kann sein, ja, weiß ich nicht, aber da das halt alles möglich ist, hab ich's dann halt doch gelassen, ne. Ja, 2023. Aber sympathisches Statement auf jeden Fall, ne, also ich mein, man hätte jetzt auch, man hätte es ihm wahrscheinlich auch nicht verübeln können, wäre er da jetzt weitaus negativer rangegangen, aber das ist ja das, was ich meine, also ich find, da wirkt so, ne, also, die Jahre haben ihm gut getan, würde ich sagen, also er wirkt sympathisch, äh, zufrieden mit sich und, ja, irgendwie, ne, klar, glücklich. Ziele? Boah, schwer. Erstmal hab ich einen Wunsch, auf jeden Fall gesund bleiben, dass meine Familie gesund ist. Ausgeglichen war das Wort, was mir gefehlt hat. Ja, wirkt ausgeglichen. Dass es meinen Kindern gut geht, dass ich, äh, Zeit mit meiner Familie verbringen kann, was momentan auch sehr kurz kommt, weil, ich sag euch ehrlich, diese Videos sind schon großer, großer Zeitaufwand. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich, äh, nehm ab und zu Kollegen mit meinem Kollegen Rasi oder von da mal jemand, oder da, oder meine Frau filmt mich, aber an sich mach ich alles selber, also, vom Schnitt, vom Ton, von dem ganzen, das Ganze drumherum liegt einfach in meiner Hand, ich geb das halt sehr ungern ab, das Das raubt sehr, sehr viel Zeit. Also, was ich mir halt, äh, kenn ich ja, aber so ging's mir immer mit meiner Musik, ne, dass ich Dinge nicht abgeben wollte. Aktuell läuft das super, weil, äh, ich hab jetzt endlich mal Dinge abgegeben, der YouTube-Kanal, um den muss ich mich überhaupt nicht kümmern, das macht alles agger, ne. Ich nehm hier einfach, ich lass nebenbei hier so ein Aufnahmeprogramm, also, beziehungsweise den Aufnahmeputton laufen von OBS, während ich streame. Wenn ein Video fertig ist, drück ich auf Rendern, dann rendert er das beim Stream raus, wir quatschen, agger zieht sich das direkt über unsere, über unsere Netzwerk-Festplatte auf ihrem PC, kattet den Scheiß, ne, macht Thumbnail, Titel und so weiter. Das ist schon sehr entspannt, also müsste ich das alles selbst übernehmen, Digga, das würde meinen ganzen Tag fressen. Das würde den ganzen, also dann, dann wäre ich voll morgens bis, bis in die Nacht beschäftigt, von dem her bin ich da ganz froh drüber. Also manchmal ist es dann schon, ne, ganz, ja, ganz lohnswert, die Sachen nicht alle selbst zu machen. Für Wünsche und Ziele habe, dass ich mehr Zeit habe 2023, vielleicht finde ich jemanden, der mir ein bisschen was abnehmen kann, natürlich erfolgreicher werden. Ich sag euch ehrlich, ne, wo man gerade davon redet, was abnehmen kann, bei uns ist es mittlerweile so, wir bräuchten, wir bräuchten eigentlich noch jemanden, so agger schafft es gar nicht, weil so viel Content, ne, weil man könnte noch so viel mehr machen, wir könnten noch so ein Highlight-Kanal, ne, mit so Kurzvideos, so Clip-Kanal quasi, mit so einminütigen, 30-sekündigen, 45-sekündigen Clips, lustigen Situationen, Sachen, die irgendwie im Stream passieren, ne, die alle einfach verloren gehen in jedem Stream, weil man das gar nicht schafft, noch dazu zu cutten, ne, Gaming-Highlights, weil ich zocke jetzt auch in letzter Zeit wieder mehr, ne, ein bisschen Gaming-Content irgendwie hochladen, so, das schafft man alles gar nicht, Digga. Also, agger ist schon genug bedient mit, ey, die, er macht die Reactions und, äh, äh, cutt er den ganzen Kram und lädt das hoch, das ist schon crazy, Mann, ne, das ist schon echt, also in so einem Stream hast du halt so viel Content, den man verwerten kann, das ist echt schwierig, YouTube-Shorts, so diese, diese, ja, diese Geschichte halt so wahrscheinlich, ne. Wie viel nehmen Editorin denn für, ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viel sowas kostet, aber ich kann mir vorstellen, das ist schon, ne, weil das ist auch viel Arbeit, also es ist ja auch gerechtfertigt, dafür nicht wenig Geld zu nehmen, aber es wäre gar nicht möglich, das jetzt zu bezahlen, so, ne, also es ist keine, kein ernsthafter Aufruf nach nem Cutter, der jetzt hier bei uns so, äh, 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 cuttet, so, weil das Geld gar nicht da ist, aber ich mein, so in der Theorie einfach, wäre das eigentlich nötig, da noch mehr, aber wer weiß, vielleicht läuft's ja auf lange Sicht gesehen immer, immer besser und dann kann man auch jemanden einstellen, der, äh, der in der Hinsicht vielleicht noch ein bisschen, äh, Arbeit leistet, um da einfach diesen, weil das ist halt alles irgendwie verschwendetes Potenzial, wisst du, wie ich meine, du streamst sechs Stunden, es passieren so viele lustige Kleinigkeiten, die aber nirgend, niemand je mehr sieht, außer die Leute, die gerade halt live sind, ne, was soll man machen? Ey, warum mach ich das? Ich möchte ja auch Erfolg damit haben, es wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, ja, ich mach das nur aus Hobby, es ist ein Hobby, definitiv, aber wenn man einmal Blut geleckt hat und sieht, ey, das, das kommt bei den Leuten an, dann will man natürlich auch mehr. Ja, normal, normal, ist ja, ist ja klar, ne, das war bei mir ja nicht anders, wir, ich streame seit 2016 und wir haben früher nur Gaming gemacht, wir haben gequatscht, wir haben, äh, es hat doch Spaß gemacht, ne, ich hatte, ich hab, ich hatte und hab auch wirklich eine krass gönnerhafte Community und früher war das noch mehr mit Spenden, weil früher gab's diese Sub-Gifts noch nicht, ne, das war eine Funktion, die gab's, äh, 2016, 17, 18, ich glaub so die ersten Jahre gab's die noch nicht, ähm, da hat sich viel, dieser, dieser finanzielle Support viel über Spenden abgespielt, ne, das ist auf Twitch immer weniger geworden, weil der Großteil dieser, diese Supports jetzt über Sub-Gifts läuft, in der Hinsicht, Alter, kann ich mich nicht beschweren, Mann, ich hab, ähm, in der Hinsicht wirklich, Kuss geht raus an alle, äh, von euch, Alter, ne krass gönnerhafte Community, aber es ist natürlich so, dass wenn du dann auf Dauer Gaming machst, nichts davon auf YouTube landet und so weiter, dann, ne, dann geht es langsam, ne, die Zuschauerzahlen brechen ein, es geht immer weiter runter, ähm, weil der Großteil sich für mich halt eher aufgrund dieser ÖBB-Thematik Musik und so interessiert hat, das ist nicht unbedingt fürs Gaming so, ich merk das ja auch heute, wenn ich zocke, ne, wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwie Gaming mache, Alter, die Zahlen kannst du nicht vergleichen mit, mit den Reaction-Streams, ne, ist aber auch nicht schlimm, ich versteh das auch, ja, also, dass man da nicht immer, äh, auf alles Bock hat, so, man sucht sich dann halt die Themen raus oder den Content, auf den man Bock hat, aber bei mir war's ja ähnlich, ne, wir haben dann letztes Jahr angefangen, ich glaub im April, letztes Jahr April, auf YouTube, äh, Reaction-Stuff hochzuladen und am Anfang war das ja noch gar nicht so der Plan, das irgendwie längerfristig zu machen, ne, ich glaub, das hat angefangen mit diesem Legenden-Song von, ähm, auf, äh, auf dem ich mitgemacht hab, da mit, von, äh, mit San Diego und dann hat man halt, ne, so die ersten Videos hochgeladen und wenn du dann halt merkst, oah, krass, das trägt auch Früchte, natürlich, Alter, leckst du Blut, ne, und ich glaub, es ist auch menschlich, da immer mehr zu wollen, insofern, ne, man will natürlich Wachstum sehen, so, und, ähm, das spielt auf jeden Fall auch bei mir eine riesengroße Rolle, warum das, ähm, alles sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Ich merk nur so in den letzten Wochen und Monaten, dass ich auch merke, so, ey, Digga, so, ich hab noch Bock wieder auf andere Sachen, ich will wieder mal ein bisschen zocken und so, deswegen gibt's bei mir in letzter Zeit auf, ähm, äh, Gaming-Streams, was nicht heißt, wir machen keine Reaction, ich werd deshalb jetzt einfach mal mischen, wir machen immer so am Tag mal Reaction-Kram und dann zocke ich ein bisschen, ne, und wer Bock hat, guckt sich das an, wer Bock hat, guckt sich das an. Ihr seid immer eingeladen. Dann will man auch die ganze... Aber auch beim Gaming sind die Zahlen mittlerweile höher als früher. Ja, okay, müsste ich nochmal überprüfen, kann sein, ja. Ich hab bei mir ja immer die Zuschauerzahlen aus. Die ganze Welt erobern, sag ich mal. Und das ist halt, das ist halt auf jeden Fall Ziel 2023, dass ich euch weiterhin mit meinen Rezepten, mit meinen Videos allgemein bege... Ey, ey, Mr. Realtalk ist auch der Beste. Er schreibt so, lieber hat man zehn Dereale-Zuschauer, die sich für dich interessieren als tausend beefgeile Leute. Eine Minute Pause, kommt eigentlich noch RIP 2? Bruder, was? Oh, Junge, Alter. ...geistern kann, abholen kann. Ich hoffe, wir haben noch eine gute, gute Zeit zusammen. Hier fragt doch jemand, wie sieht's mit deinem... Zu gut, Alter, zu gut. ...einer Rap-Karriere aus, ist die für immer auf Eis gelegt? Also Karriere ist... Äh, finde ich, ähm, also ich würde nie sagen, dass ich eine Karriere hatte. Ich hatte einen Hype, das gebe ich zu. Ich hatte mehrfach Millionen Klicks auf dem Julien-Blog-Kanal, nicht auf meinem, doch auf meinem auch. Mein Diss hat da auch über eine Million. Der ist sogar noch... Den hab ich sogar noch auf meinem Kanal. Ganz da unten. Sieht man's? Ah, ja, ja, okay. Ja, das kam gut an, ne? Also Julian Disson war damals auf jeden Fall ein Big-Brain-Move, so. Ähm, ja, Karriere, weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich meine... Aber ich würde es wahrscheinlich schon als Rap-Karriere bezeichnen, ne? Weil das war ja zu den Zeitungen auch der... Das, wo ich hinwollte, ne? Das war das, was ich hauptsächlich gemacht hab. Das, wo ich drauf hingearbeitet hab. Von dem her würde ich schon so bezeichnen, auch wenn sie zum Ende hin nicht mehr so erfolgreich war. Aber ist auch nicht schlimm. Ich hab mich daran... Ich hab mich damit abgefunden, ne? Also, es war am Anfang was schwierig. Wenn du aus dem JBB kommst, du siehst, die Klicks brechen ein und blibla blub, ne? Da musst du halt mit klarkommen. Aber mittlerweile bin ich total zufrieden. Das ist alles cool, so wie es gelaufen ist, ne? Ich hab nicht mehr so diesen Druck. Wenn ich Mucke machen will, mach ich sie. Ich bin davon nicht mehr finanziell so abhängig. Das war früher ganz, ganz anders. Ich mach einfach die Mucke, auf die ich Bock habe. Und, äh, dann ist alles cool, ne? Und wenn... Wenn da... Wenn das, äh, nicht so stark geklickt wird oder so, oder da nicht so viel Geld rumkommt, ist das auch nicht so... Auch kein Hals- und Beinbruch, ne? Ich kann das dann eher aus Leidenschaft machen und nicht aus Geldgründen so. Der Arme hat nicht mal was dran verdient wegen dem Beat, obwohl da nur paar Sekunden geclaimt sind. Ich weiß es, weil ich die Stelle rausgeschnitten hab bei unserer Reaction. Oh nein, ist das dreckig, Alter. Auf die Reaction Geld gemacht und der selber als derjenige, der den Konto gemacht hat, nicht. YouTube in der Nutshell, Alter. Wo dir das rote Dollarzeichen ist. Phil Collin. Da ist es. Also, wie gesagt, Karriere würde ich erstmal nicht sagen. Ich würde sagen, ich hatte einen Hype, genau. Und, ähm, ich mache immer noch Musik. Äh, wie ihr sehen könnt, vielleicht da hinter mir ist auch immer noch ein Mikrofon. Ich hab hier immer noch ein voll eingerichtetes Studio. Aber tatsächlich releasen weiß ich nicht. Ich sag euch ehrlich, sehr viele meiner... Was heißt sehr viele? Mein Kreis ist ziemlich klein. Aber die Leute, die um mich herum noch sind, die sagen immer wieder, ey, du musst was rausbringen. Ja, ihr seid ja genauso, ne? Jedem Stream krieg ich so die Frage. Und ich find's ja auch schön, ich find's ja auch geil, dass ihr Bock drauf habt. Ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn die Leute sagen, ey, mach mal wieder Mucke. Aber ich, ja, ich mach auch noch Mucke, ne? Ich hab ja, wie gesagt, hier ein paar Sachen rumliegen. Wird auch bald wieder kommen, ne? Muss ich jetzt mal wieder raushauen. Der letzte Song kam ja, überraschenderweise, Digga, übel gut an. Also ich bin, ich steh nicht an dem Song, ich feier den auch sehr. Aber natürlich, ne? Nach so langer Abstinenz so von YouTube, also von meinem Hauptkanal, dachte ich halt so, boah, Bruder, das juckt ja gar kein Schwein mehr wahrscheinlich. Aber ich wurde positiv überrascht. Die Rap-Szene ist im Arsch und die kennen meine neuen Sachen ja auch, die keiner von euch kennt. Also ich glaub, ihr seid Stand vor zehn Jahren, was ihr noch die letzten Sachen von mir kennt. Ich will mich jetzt nicht großreden, aber die Sachen sind schon dope. Die sind richtig, richtig krass, das sag ich auch ehrlich. Aber ich hab keinen Bock auf dieses Business. Ja, das kann ich, fühl ich voll, Digga. Ich hab da auch keinen Bock mehr drauf. Also auf dieses Business von damals hab ich keinen Bock mehr. Meine Mucke machen für mich und auf meinem YouTube-Kanal, okay. Aber diese ganze, ach, diese ganze, dieser ganze Stress, Digga. Ne, Mann, ne? Vielleicht bin ich auch einfach zu alt geworden, Alter. Ich krieg auch sehr, sehr viel mit, zwangsläufig, durch Leute, die ja wirklich drin sind, so. Das ist einfach ein dreckiges Game. Und ja, weiß ich halt nicht. Aber ich sag, ich sag, sag niemals nie. Manchmal hätt ich schon Bock, einfach ein TikTok oder so, Dig, einfach mal einen ganz kranken Part abzuliefern, wo die Leute dann sagen, oha. Aber es wäre schon interessant, mal wieder was von Achmed zu hören, Digga. Nach all den Jahren. Ist ja sowieso, ne? Ist immer interessant, wenn man sieht so, was sich über die Jahre, was sich daraus so entwickelt hat. Hat's echt drauf. So, da hätt ich schon Bock drauf. Wer weiß, vielleicht kommt's demnächst. Sehr viel, äh, auch Julian-Fragen, muss man dazu sagen. Aber gut, es ist Bestandteil meines Lebens. Dadurch bin ich ja das erste Mal bekannt geworden vor gefühlt zwölf Jahren. Wie hast du Holle kennengelernt? Coole Frage. Dann hab ich mal ne Story von Holle gesehen, wo er voll verzweifelt ne Videodatei von seinem Handy runterkriegen musste für eine 1000 Liegestütz-Challenge. So war's, glaub ich, genau. Bin ja sehr fit so, was Computer, IT so allgemein so ein bisschen angeht. Und dann hab ich ihm meine Hilfe angeboten. Das hat auch nicht lange gedauert, hatte drauf, direkt drauf reagiert. Da meinte er, ey, Mann, keiner kriegt das hin. Ich hab's tatsächlich geschafft, ähm, das Video. Alter, Achmed, der richtige Nerd, was da drin ist. Rauszukriegen auf seinen Laptop. Wenn der mir jetzt noch erzählt, der hat WoW gespielt, Alter, ein Magier oder so, dann fall ich vom Glauben ab. Zu ziehen, beziehungsweise erst auf meinen Laptop und dann auf seinen rüberzuziehen. Ja, das, äh, da war er natürlich sehr dankbar für. Und so kam der erste Kontakt zustande, äh, kam man ins Gespräch, auch wegen Musik. Vielleicht habt ihr das auch mitgekriegt. Holger hat sich auch so fun-mäßig mal ans Mic, äh, getraut, so, fand ich auch ganz witzig. Hat da auch ein, zwei Sachen bei mir mal aufgenommen, so. Also ihr merkt, Leute, wenn irgendjemand in der Öffentlichkeit mal Hilfe braucht, seid am Start. Seid am Start. Daraus kann sich viel entwickeln. Kam dieser Kontakt zustande und dann halt dieses Ding mit, ähm, er brauchte halt diese Cinematic-Food-Szenen. Und so kam ich ja dann vor knapp zwei Jahren ins Spiel oder anderthalb. Genau, so hab ich den guten Holger kennengelernt. Mittlerweile darf ich und kann ich auch sagen und bin auch stolz drauf, ein Freund. Sag deine Meinung oder react mal zu den neuen Tricks von Julian, Boss. Ja, Digga, mach mal den Gio jetzt hier, Digga. Nee, bleib mal bei deinem Content, bitte. Ich brauch keine Konkurrenz. Nein, zieh durch, ey. Also ich hab vorhin gesagt, es ist kein Groll und kein Hate, wirklich nix. Aber ich sag dir ehrlich, Julian, ich rede zu dir. Oh, okay. Mal gucken. Lass es sein. Es ist Potenzial irgendwo da. So, das will ich gar nicht abstreiten. Aber du bringst so Mucke, die, wie soll ich dir sagen, die 2007 richtig cool gewesen wäre. So kann man es, glaube ich, ganz geil ausdrücken. Lass es sein. Mach das, was du kannst. Bleib dabei. Ja, vor allem inhaltlich halt. Aber das ist ja auch das, was ich immer wieder sage. Ich meine, wir haben dann immer mal wieder eine Diskussion. Dann kommen Leute und sagen so, ja, aber das passt doch zu ihm so. Aber das ist so, nee, nee, das überzeugt nicht. Also jetzt mal rein inhaltlich gesehen. Diese stumpfen Mutter-Bang-Geschichten, die sind halt ein bisschen ausgelutscht, ne? Das Ding ist, du hast selber, du hast dir damit selber deine Kredibilität genommen, deine Authentizität hast du dir damit genommen, auch andere Rapper zu bewerten, weil wer so eine Scheiße, sorry, abliefert, der kann es nicht mehr anmaßen, selber andere zu bewerten. Also das hast du auf jeden Fall zerstört. Also prinzipiell bin ich da nicht der Meinung. Ich finde, du kannst Sachen bewerten, obwohl du sie nicht so gut kannst. Aber du solltest das nicht unbedingt zeigen. Wisst ihr, was ich meine? Du kannst ja ein krasser Kritiker sein, ohne in dem Bereich irgendwie krass selbst Skills zu haben. Aber dann, ja, die Außenwirkung ist, also die Kritik, die dann kommen wird, ist dann, oder die Erwartungshaltung ist dann halt riesig. Das ist halt so. Und ich würde auch sagen, auch wenn ich gerade meinte, dass man prinzipiell ein Kritiker sein kann, ohne es selbst krass zu können, hat er sich damit trotzdem viel kaputt gemacht, weil er sich halt krass angreifbar gemacht hat damit. Wobei ich aber nicht unbedingt sagen würde, dass das an der Mucke alleine liegt. Das hat ja schon viel früher angefangen, mit diesen Turnieren, die dann nicht mehr durchgezogen wurden und respektlose Analysen und blablabla. Also dieses ganze Image von dem unkaputtbaren Julian Boss hat ja schon vor langer, langer Zeit angefangen zu bröckeln. Das ist jetzt mit diesen Songs halt so der Höhepunkt, aber nicht der alleinige Grund. Wenn du übrig geblieben bist, mach die Seelsorge-Dinger, aber nicht auf krampfhaft, auf ekelhaft. Mach einfach das, was du kannst. Und das sind gute Videos, das wissen wir alle. Und ich glaube, deine ganze Community wartet eigentlich drauf und du kannst immer noch richtig, richtig erfolgreich werden und an deinen alten Erfolg anknüpfen. Das denke ich auch. Also viele Leute sagen immer, ja, B.B. ist tot und so. Ja, in der Hinsicht sehe ich auch wenig Hoffnung. Bin aber immer ein Mensch, der sagt niemals nie, wer weiß. Aber ich glaube, auch wenn er sich gerade viel verkackt hat mit den Songs und wenn da der Hate irgendwie und das Feedback nicht so positiv ist, ich glaube einfach, dass Julian mit dem, was er sich damals aufgebaut hat, trotzdem ein gewissermaßen so einen Legenden-Status hat und auch jetzt noch die Möglichkeit hätte, mit guten Videos sich wieder aufzubauen. Ich glaube auch, dass viele der Leute, die jetzt krass kritisch unterwegs sind, vielleicht auch alte, enttäuschte Fans, auch wieder am Start wären. Ich glaube, viele negative Kommentare sind gar nicht unbedingt nur so Hater, sondern es sind auch viele enttäuschte Fans einfach. Und ich glaube, prinzipiell ist das Ding nicht gegessen. Muss man halt sehen, ob er was draus macht. Das ist meine Meinung. Kennst du, was hältst du von Monte? Ein paar Mal gesehen. Schöne Grüße, wie gesagt, an Marcel. Ein paar Worte miteinander gewechselt. Hallo, moin, tschüss auf jeden Fall. Sehr, sehr nett, sehr höflich. Null abgehoben, was nicht eine Selbstverständlichkeit ist für, ich sage mal, Personen des öffentlichen Lebens. Ja, wie soll ich sagen? So eine große Reichweite. Wobei, wir müssen noch mal ganz kurz rein zu dem Thema, weil mir gerade noch was einfällt, weil Popur schreibt, Bruder, eine Seelsorge würde ich zu jeder Zeit feiern. Und da haben wir natürlich das Problem, dass natürlich, wenn wir von guten Videos reden, denkt man natürlich an die alten Videos von Julien. Aber die sind so nicht mehr möglich, weil sich das nicht mehr monetarisieren lässt. Und man geht natürlich, also er kann diese Dinge natürlich nicht just for fun machen, sondern da muss natürlich auch Geld rumkommen, wenn er das beruflich machen möchte. Das heißt, da müsste wahrscheinlich irgendwie eine Veränderung, müsste da irgendwie stattfinden in dem Content. Und das ist natürlich schwierig. Auch andere Gesellschaft, genau. Also die Gesellschaft hat sich verändert, die YouTube-Richtlinien, alles so. Und das ist natürlich schwer, weil der alte Julien quasi davon gelebt hat, Content zu machen, der heute nicht monetarisierbar wäre. Das heißt, da einen Mittelweg zu finden oder eine Veränderung ist auch nicht einfach. Sag ich auch. Ist nicht easy. Aber so ist es halt immer. Also du musst halt mit der Zeit gehen oder du gehst mit der Zeit. Da muss man halt gucken, wie man das macht. Schwierig. Oder Ponyhof-Indie-Tags. Genau. ...haben, so eine große Fanbase auch haben. Also super netter, lieber Kerl. Kann ich kein falsches Wort auf ihn kommen lassen. Stimmt das, dass du im Knast im Gefängnis warst? Joach, das stimmt. Ist keine Sache, auf die ich stolz bin. Aber es ist auch keine Sache, wo ich sage, also ich kann nicht sagen, ich bin froh darüber, dass ich drinne war. Also die Wortwahl ist jetzt sehr, sehr kritisch und falsch. Aber es hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich habe eine sehr, 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 sehr schlimme Spielsucht hinter mir. Sehr, sehr schlimm. Also ich war Zocker, sein Vater. Hatte nichts, woran ich festhalten konnte. Ich hatte keine großartig große Familie oder so. Ich hatte meine Mama, ich hatte meine Schwester, ich hatte meinen Bruder. Das war es eigentlich so, weißt du? Ich hatte Freunde, die nur zocken waren. Ich habe in einer Stadt gewohnt, wo ... Ja, das ist dann schon schwierig. So, wenn du ... Das ist ja bei allen Dingen so, ne? Ob jetzt, keine Ahnung, Digger, Drogen oder Süchte so, wenn du ... Dass du halt oft dann entweder dadurch in so einen Freundeskreis gerätst, ne? Oder durch den Freundeskreis an diese ... In solche Probleme rutscht, so. Und das Problem ist dabei halt oft, dass es nicht nur reicht, so sein ... Sein Verhalten zu ändern, sondern oft muss man halt auch sein Umfeld ändern. Und das ist halt, das ist halt auch krass, ne? Weil dann oft bedeutet, das bedeutet dann oft, keine Ahnung, du hast oft zu zocken und du verlierst alle Menschen um dich herum, sozusagen, ne? Die du als Freunde bezeichnet hast. Also, das ist schon nicht so einfach. Ja, wo, wo, wo es einfach nix gab. Also, du hattest nur die Möglichkeit, saufen, kiffen, koksen oder Spilo an sich. Bei mir war das mit dem Weed genau das Gleiche. Ich hab früher, wisst ihr ja alle, ne? Täglich, ich war nur high, so. Das war mein Leben. Und mein ganzer Freundeskreis bestand auch nur aus Kiffern, so. Und als ich dann aufgehört habe, durch diese Panikattacken, nach und nach sind diese ganzen Freundschaften weggebrochen, weil man dann halt gemerkt hat, ey, ich würde jetzt nicht sagen, das waren keine Freunde, weil das wäre auch unfair. Aber man merkt halt, oder man hat dann gemerkt so, dass das trotzdem das Kiffen war, was einen verbunden hat hauptsächlich. Auch wenn man sich gut verstanden hat oder so. Aber das war irgendwie dieser gemeinsame Nenner, der einen zusammengebracht und zusammengehalten hat, ne? Und wenn du dann aufhörst, dann natürlich, ne, möchtest du auch nicht mehr so viel damit zu tun haben. Du willst ja irgendwie dein, ne, weg davon so und auch gar nicht mehr in diese Gefahr rutschen, da mal wieder, keine Ahnung, zu einem Joint zu greifen so, wenn du da abstinent sein möchtest, so dass du dich, ne, bewusst davon fernhältst und dann, ne, brechen solche Kontakte nach und nach weg. Gab's nie was und ich war eigentlich auch immer strikt gegen Zocken. Aber wie der, ich sag mal, Teufel es so wollte, hat er mich trotzdem da reingezogen. Und ich habe jahrelang wirklich Zeit, Geld weggeworfen. Fing danach so an, dass ich Beschaffungskriminalität gemacht habe. Also ich habe nie wirklich Personen geschadet, sondern mehr, ich sag mal, große Firmen. Ich habe Paypal-Lücken erkannt, ich habe Amazon-Lücken erkannt, halt, wo ich halt, sag ich mal, extrem viele Geldsummen oder teure Warenwertsachen bestellen konnte, ohne zu bezahlen und die dann verhökert habe für Geld. Ich hatte da damals auch einen extremen Schock bekommen, als es dann hieß, im Beschluss, Sachschaden von 1,7 Millionen. Das ist eine Hausnummer, Digga. Ja, aber, ne, das ist ja, wenn du zockst und du bist süchtig danach, ne, das ist wie bei jeder anderen Sucht, brauchst du Geld. Du musst ja irgendwie an deine Befriedigung kommen. Ja, und deswegen dieses Zocken, Digga, das nicht zu unterschätzen und Spielsucht, es ist crazy. Und ich weiß, viele Leute nervt das Thema, weil es immer wieder Thema wird, ne, diese Casino-Kritik und so. Und dieses, jeder ist für sich selbst verantwortlich, kommt dann so als Gegenargument, aber das ist zu einfach. Und deswegen, es ist wichtig, es ist verdammt wichtig, dass man das kritisiert und dass man was dagegen macht, weil es extrem vielen Menschen schadet. Und wir haben uns ja zusammen mal die Zahlen angeguckt. Die Suizidrate bei Spielsüchtigen ist riesig. Das ist, da sterben Menschen. Das ist kein Joke. Das ist nicht, ach, da, ne, jemand verzockt so ein bisschen seine Kohle. Kann's sein. Da sterben Menschen einfach. Und nicht ein, zwei. Und nicht nur die, nicht nur die, 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 die Süchtigen leiden, sondern auch das Umfeld. Die Familien, Freunde, Geschwister, blablabla. Das ist krass, Digga. Und da ist Achmed nicht, bei Weitem nicht der Einzige. Das passiert viel zu oft. Ein Clash Royale-Streamer hat sich auch vor kurzem umgebracht wegen Sportwetten. Ah, fuck, Digga, das hab ich sogar mitbekommen. Das hab ich, ich kannte den nicht, aber ich hab das mitbekommen, ja. Weil das so ein bisschen durch die Twitch-Bubble ging, ne, weil der anscheinend da auch gut connected war, so ein E-Sportler oder so, ne. Das ist krass. Und dann hab ich mir gedacht, okay, krass, was hast du getan, Alter? Hast du so viel Geld verzockt? Ja, natürlich, man hat sich da mal was gegönnt, da mal ein Auto oder sonst was, aber ich sag euch ehrlich, Leute, Finger weg von diesen scheiß Drecksautomaten oder sonstigem Scheiß. Also, Spielsucht hat ja auch mehrere Faktoren. Dagegen kannst du nicht verdienen. Das ist das beste Beispiel auch gewesen. Du kannst dagegen nicht verdienen. Ich hab am Tag 3.000, 4.000 Euro auf scheiß Art gemacht und guck mal, was es am Ende gebracht hat. Gar nichts. Das Geld, wenn es so dreckig kommt, geht es auch auf eine dreckige Weise wieder weg. Das ist ja ein geiler Satz. Wenn das Geld so dreckig kommt, geht es auch auf eine dreckige Art und Weise wieder weg. Merkt euch das. Das ist auf jeden Fall ein Rat, den ich Leuten mitgeben kann, die vielleicht da auf der Kippe stehen oder sich mit sich zu kämpfen haben. Lasst es auf jeden Fall sein. Und wie gesagt, dadurch kam halt irgendwann richtig, richtig was zusammen. Hab über vier Jahre bekommen. Hab knapp drei. Vier Jahre, Digi. Abgesessen. Drei Jahre abgesessen, krass. Hauptsächlich im offenen Vollzug, wofür ich auch dankbar bin. Und ich sag euch ehrlich, wisst ihr, was am allerschwierigsten war? Das sag ich euch wirklich, ne? Das allerschwierigste war die Entlassung und dann darauf klarzukommen mit, ich hab bei DPD gearbeitet in der Zeit, dann mit 1.300 Euro klarzukommen. Das war für mich das wahre Gefängnis. Da drin hast du deine Abläufe. Dir wurde quasi dein Ablauf auch vorgegeben, so wie du dich zu benehmen hast. Und ich hab mich benommen. Ich hatte eine sehr gute Führung und alles war in Ordnung. Ich kenn diese, ich hab's schon öfter gehört von Leuten, die länger sitzen, ne? Oder in irgendwelchen Dokus so, die so 10, 20 Jahre irgendwie, ne? Im Knast waren und dann rauskommen und gar nicht mehr klarkamen auf dieses normale Leben, weil die so diese Sicherheit innerhalb dieses Gefängnisses gewohnt waren, ne? Also so, es gibt Frühstück, Mittagessen, ne? Du hast so deine Aufgaben um die Uhrzeit, dann gibt's das, dann gibt's dies, ne? Gewöhnst du dich dran, dann bist du auf einmal draußen, Linger, musst so dein Leben irgendwie wieder selbst regeln. Aber das Draußenbleiben, das war das Gefängnis. Weil ich hab sehr viel mit mir gekämpft, wo ich dann auch gesagt habe, boah, Alter, das ist jetzt das Leben so? Und ich hab Leben immer an Geld gemessen. Und das ist halt eine Sache, die kann ich keinem raten. Versucht, diese Gedanken aus eurem Kopf zu drängen. Aber das war halt schwierig. Früher hast du 3.000, 4.000 Euro am Tag gemacht durch irgendeine Scheiße, worauf ich nicht stolz bin. Aber hast trotzdem zu dem gemacht, was ich heute bin. Und dann kommen 1.300 Euro, klar. Lernst du eine supertolle Frau kennen, die wird schwanger von dir und dann kommst du ins Strugglen. Und dann denkst du dir, oha, was jetzt? Aber ich sag, Gott sei der. Ja, was dann? Food auf YouTube. Naja, aber ist doch schön. Also er scheint ja jetzt zufrieden zu sein. Du musst dir mal vorstellen, dass die Umstellung schon krass ist, ne? Wenn du vorher halt mit illegalem Stuff irgendwie im Geld geschwommen bist, zumindest kurzfristig, auch wenn es dann anscheinend wieder weggespielt wurde. Und dann kommst du raus und siehst so, ne? Wie die harte Welt funktioniert. Vielen Dank. Es hat sich alles zum Guten gewendet. Es gibt auf jeden Fall noch richtig krasse Storys. Also wenn ihr sowas in Zukunft mehr sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Aber es gibt richtig, richtig kranke Storys, die mich wirklich tatsächlich zu dem gemacht haben, was ich heute bin oder wer ich heute bin. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt es mir in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht abgeschreckt von meiner Person. Aber das bin halt ich und ich mach da keinen Hehl drum. Und wie gesagt, das bin einfach ich. Und es ist ja nicht so, dass ich heute immer noch dieses Gedankengut mit mir trage. Das ist alles auch sehr, sehr lange her. Also ich sag nochmal, die Gefängniszeit war 2015 bis 2018. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und Mittwoch sehen wir uns natürlich wieder zu einem neuen Rezeptvideo. Bis dann. Drei Jahre, Digga. Ja, ist schon eine heftige Zeit. Drei Jahre, Knast. Ja, ich hab das damals ein bisschen mitbekommen, aber ich wusste nicht mehr, woran es lag. Ich weiß auch nicht, ob das damals überhaupt öffentlich kommuniziert wurde, das wegen Spielsucht war. Ich weiß noch, dass es ein paar Vorwürfe gab von irgendwie Leuten im Umkreis, dass, keine Ahnung, der Achmed irgendwas abgezogen hätte, mit irgendwie Betrügereien. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, inwiefern da was Wahres dran war. Ja, aber ey, macht einen guten Eindruck, oder? Was sagt ihr? Scheint zufrieden zu sein mit sich und freut mich. Ich fand das Video auch sehr interessant. Der kann auf jeden Fall auch labern. Ich lasse euch mal den Kanal hier im Chat, Leute. Könnt ihr mal das Video abchecken und einen Daumen hoch geben. Sehr interessantes Video, Bro. Gehen wir mal rein. Und war interessant. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Er wirkt ruhig zufrieden. Ja, voll, voll, voll. Ich fand, bei Achmed war es oft so, dass er, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, aber er hatte oft einen unsympathischen Eindruck gemacht auf mich. Also vor allem halt innerhalb dieser Songs so. Einfach als Charakter so. Aber hier jetzt, Digga, da kann man nicht meckern. Scheint, als wäre er ein sehr, sehr lieber Mann. Ein sehr lieber Mann, Digga, genau. Ich finde, dass er damals auch sehr abgehoben gewirkt hat. Hier wie ein anderer Mensch. Ja, das ist aber auch immer schwierig, innerhalb dieser Deutschrap-Bubble oder Deutschrap-Geschichte, vor allem im Battle-Rap, da irgendwie, also ich meine, manche haben es irgendwie hinbekommen, trotzdem einen sympathischen Eindruck zu machen. Bei mir war es ja ähnlich. Die Leute hatten auch immer das Gefühl, ich bin so ein arroganter Pisser. Keine Ahnung. Manche können es anscheinend nicht gut. Wir gehörten da irgendwie beide wohl dazu. Mag seine Rap-Stimme nicht, aber so die Redestimme ist sehr angenehm. Aber ich mochte eigentlich beides. vom Vibe her oder von der Stimme her fand ich Achmed eigentlich immer ganz cool. Tschüss! Süper 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 hunting